So, weg da hier. Der Boss kommt. So, dich kriegen wir auch noch, mein Freund. Den vor uns auch noch. Sei das ein Opel oder was es doch ist. So, hier nehmen wir die Abkürzung. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ja, wir haben überholt. Wir haben die Position gut gemacht. Sonst müssen wir so wie der Typ in Slalom fahren. Aber gut, dass wir die Abkürzung genommen haben. Jetzt gebe ich mal hier Nitro. Die Abkürzung geht aber lang. Ich glaube, die fehlt uns direkt bis zum Ziel. Hier ist der Checkpoint. Ist klar, also ich glaube, das Rennen habe ich schon mal gemacht. Jep. Das hätten wir. Äh, Ende. Denn zwei Minuten und zehn Sekunden. Wir sind jetzt von der 87. Alles klar. So, mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Erwarten tut. Mein PC, da bleib ich wieder mal hängen. Verstehe ich dich. Nobody need to speed to run. Wir sind Level 4, Fahrerstufe 4. Perfektes Rennen. Nochmal 500 EXP. Resets übrig. Nochmal plus 100 EXP. Und Fahrerstufe 4. Oh yeah. Du kannst jetzt für aggressive Fahrten zusätzlich ERP erhalten. EXP gibt es für Drifte, Sprünge und Erreichende Höchstgeschwindigkeit. Das dritte können wir am besten behören. Natürlich sitzen wir doch an Ford. So, das war das erste Rennen der Tappel 2. Und jetzt geht's nach El Porta. Den Yosemite Nationalpark. So, wir sind 187. Und es geht direkt los. Distanz bis 0,4000 Kilometer. Nur Zeit gut machen. Zeit gut machen. Alles klar. Das mach ich mal. Oh, die Kurve. Shit. Oh, scheiße. Die Kurve war echt hart. Da sollte ich ein bisschen langsamer da reinfahren. So. Das war doch schön. Und jetzt kommt wieder so eine Engelkurve. Die Kurve. Das ist der Dixon Checkpoint. So, da bin ich wieder. Es gab eine kleine Unterbrechung. Und man hat's ja nicht gemerkt. So, so, so. Das nächste Checkpoint. Oh, scheiße. Das war knapp. Perfekte Zeit. So, ich hab halt noch die Musik leiser gemacht. Beziehungsweise den Ingame Sound. Und er sitzt einfach. Und macht gar nichts. Und atmet. Das Produkt starten wir von hier. Und ich... Ja. Ist ja logisch. Eben war der Checkpoint. Deswegen Baum. Scheiße. Oh. Oh. Shit. Ja, falsche Richtung. Ich fahr nur nur den Rückwärtsgang. So, geschafft. Jetzt nur noch... ...ein Checkpoint. Dann... ...sind wir auch fertig. 30 Sekunden. Ah, der ist auch schon. Hydro... ...und... ...sack. Geschafft. Beendet. The Run-Position. Ah, der ist auch schon. ...sack. Siebenundfünfzig EXP halten. Sechzig... ...für die Resets, die übrig geblieben sind. Und mehr nicht. So, und der Run fortsetzen. Was erwartet uns jetzt? Wir fahren nach El Cap-Tian. Oder El Cap-Tian. Ist das ein Rennen? Äh, steht hier jemand, oder? Nee. Die nächste Location steht da. Ah, ich kommt, das ist ein Rennen. Weil... ...es kommt ja jetzt... ...zwei Mal Zeit, wie so gut machen. Ne? Ja, ein Rennen. Sechs Positionen muss ich gut machen. Alles klar, packe ich. Das sind die ersten zwei, und... ...ein paar Meter da... ...ein paar Meter da... ...vorne sind schon die nächsten zwei. So, die hätte ich doch mal geschafft. So, du bist weg. Zack. Was ist das denn? Tansche überwübt sich... Ah, ich kann bei... ...ich kann den Tankstellen... ...meine Warr wechseln. Das ist gut. Vielleicht mach ich das mal irgendwann... ... mit meinem Nächsten halt, oder so. Oh. Shit. Was war das? Oh, scheiße. Shit. Tickowski. E. So, noch die drei. Das müsste ich schaffen. Ich lass' jetzt meinem Nito mal ein bisschen aufladen. Jetzt. So. Haha. Überholt. Oh mein Gott. Was kommen jetzt für Kurven? Ach du... Was sind das für Kurven? Drift-Bonus. 5 EXP. Scheiße. Ich bin 500 Meter. Ich bin Zweiter. Shit. Nein. Fuck. Fuck, 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 fuck. Kann ich gleich mal das Event mal versuchen. Diesmal wechsle ich mal meinen Wagen. Ich hab' verkackt. Ich hab' verkackt. 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 So, wenn du erstmal fertig lahmen würdest, Event mal starten. Ja. Ach du Scheiße. ich habe ja noch die erwähnten edition und so habe ich noch ein paar extra war die nehme ich jetzt mal beziehungsweise wechsel meinen wagen ich nehme einen anderen wagen klingt kompliziert aber so sechs positionen gut macht erst mal kopfkratzen so dann ihr gas geben sie liegt da oben ein vogel was ein vogel fliegt 270 g am arsch ich glaube ich nicht jetzt kann ich jetzt meine wagen krebs ja so erpögt nuss was nehme ich denn na hab ich ja Dann wär's denn der schnellste? Denn bis zum GTR! Ist denn das? Ein Forge? Nee, nicht mein Typ. So, ich glaub ich nehm die GTR. Ja, der GTR ist gut. In welcher Farbe denn? Schwarz oder? Okay, man weiß. Wie sieht denn das was los? Ja, das nehm ich. Das neue Wagen geht's los. Dann wollen wir mal. Wenn der mir nicht passte war, dann steig ich wieder um den anderen. Aber der fährt sich gut. Schnell überholst! 200 DXP! Jetzt haben's 2,6 Kilometer. Ich muss auch die zweite überholen. Ja, ich guck die Eckkurve und da verkack ich doch. Jaaa, gib den am Schub. Jaaa, gib den am Schub. Was? Ist alles klar jetzt hier? So, haha. Alles klar! Bist du noch nie draufladen lassen. Danach scheiße deine Gefährme. Leider, gefährlich. Ja! Geschafft! Beendet! Beendet! 181. Nach 31 Plätze. Hurray! Ja, 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 ja. Ich frag mich, ob das Spiel echt 120 Parts, ca. 20 Parts braucht, um das durchzuspielen. Über 12 Stunden. 625 DXP erhalten. 500 für das perfekte Rennen. Und 100 für Resetive Reich. Können wir noch ein bisschen an der Betriebewerbe gucken? Ne. Ahja. So, ich mach nen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Run. Bis dahin.